Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Und auch Sie können sich wohlfühlen. Einfach raus an die frische Luft, die Nordic Walking-Stöcke in die Hände und losmarschiert. Auch morgen spielt das Wetter wieder perfekt mit. Bei 15 Grad Höchsttemperatur zeigt sich die Sonne überall. Ob Reinebene, Odenwald oder Pfalz, sie hat eine Rundum-Strahlerlaubnis. In den nächsten Tagen regiert ein wechselhaftes Wetter. Am Freitag regnet es in weiten Teilen der Metropolregion, ehe am Samstag der Sonnenschein bei 15 Grad zurückkehrt.